Hi und willkommen zu einer kleinen Runde VR-Chat. Ich befinde mich gerade hier in meinem Zimmer und würde sagen, ich setze dann einfach mal kurz meine VR-Brille auf und logge mich ein. Aktiviere dich! Ich wollte euch nur noch kurz sagen, dass ihr das Spiel auch normal auf dem PC spielen könnt, auch wenn ihr keine VR-Brille besitzt. Aber es lohnt sich natürlich, eine zu haben. Ja. Und jetzt, viel Spaß! Vor allem, wenn ich rede, dann rede ich auch hier. Hallo, ne? Wo hab ich denn mal künntes Gesicht? Genauso wie du. Oh mein Gott, Gemma, let's play. Oh mein Gott. Hallo. Oh nein, Peter, lauf weg. Hey, was ist denn das? Warum kann ich denn nicht näher zu euch? Habt ihr eine Bubble an? Personal Space, die Einstellungen. Ach, du hast noch den Personal Space an. Achso, ich hab den auch an. Ja, genau, du musst in die Einstellung rein, System, unter den Personal Space drauf machen. Die Stimme passt nicht zu deinem Körper. Doch, total. Ah, ist aus. Sehr gut. Ah. German, let's play. Ja. Warum sind die alle männlich? Hallo. Oh, sie hat dein Herz gemalt. Du bist der Richtige? Ja. Wirkliche? Oh, das ist... Alter, ist das süß. Das war nicht mit der Stimme, aber... Du bist wirklich der Richtige? Ey, da kriegst du schon Angst. Ja, komm hoch. Komm hoch, mein Kind. Ich will die glüttelt werden. Willst du nicht dazwischen, denn der hat gerade mein Kind gesagt, es wird... Ja, komm hoch, komm hoch. Oh, ich krieg den Kollaps. Ja, der Doktor. Hallo. Nein, nein. Lutsch an dem Finger. Eigentlich stimmt. Nein. Das ist ja noch so eine. Bist du ein bisschen dumm? Ja, leider nicht. Die Drogenversion. Oh nein. Ja. Du bist so dumm. Ich will dich glütteln. Ja, komm doch her. Ja, komm her. Wohin gehst du? Dummen Avatar. Oh nein. Nein. Ich will auch nicht sein. Und wenn du andere Avatar haben willst, musst du auch halt auf Wurz gehen und dann halt auf Search Avatar und dann findest du die andere Welt. Hoi. Hä? Nein. Hä? Jetzt, das wollte ich gar nicht. Boah, was hast du gemacht? Oh nein. Ich wollte dich graben und hab dann außerdem den Avatar genommen. Hä? Was bist du denn? Ich bin kaputt. Hä, ist das nicht die aus Sword Art Online? Ja, klar. Ja, wenn schon denn schon. Sind das die echten Sion? Das sind die echten. Oh. Peter. Ich nehm gerade auf. Weg. Weg. Ich schneide euch alle raus. Das ist mein Papi. Du weißt schon, dass das eine Frau ist? Das ist mein Papi. Rede mal. Da kann ich reden. Rede mal, komm. Einmal. Oh, ich glaube, ich habe mir meinen Daumen gebrochen. Der macht mir ein bisschen Angst. Warte mal, bist du nicht das Fett von Irgendwie groß war ich denn gerade, bitte? Da, warte. Ich werde zu Kirito. Spielt du heute zum ersten Mal VR, oder? Nein, nein, nein. Ich habe schon vor fünf Jahren, vier Jahren. Aber VR-Chat vor zwei Jahren zuletzt. Hallo. Bist du ein Junge oder Mädchen? Ich erkenne es nicht. Ich habe da so eine Figur an der Wand genommen. Das ist ein Typ. Ist das verwirrend, wenn du immer wieder was Neues nimmst? Ich erkenne dich gar nicht. Oh, hey, na? Hi. Oh, Peter. Sie ist echt. Sie ist echt. Oh, wo Kisse. Ich wollte gerade sagen, Regel Nummer eins in VR-Chat. Weibliche Charaktere sind immer Typen. Ja, warte. Und du? Harald? Ja, ich bin eine Frau. Oh. 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 Warte, ich habe eine gute Idee, was ich mit euch zwei jetzt mache. Oh nein. Oh nein. Ich will gar nicht wissen, was er jetzt für ein Avatar nimmt. Oh Gott. Hilfe. Aktiviere den Personal Space. Ja. Oh Gott. Peter, was machst du da? Die Vibe ist voll bequem, wenn man da draufsteht. Stimmt. Ich habe so einen Bogen in der Hand. Das müsste man animieren. Ach du warst das. Alter. Was? Oh. Eui. Ähh. Jonathan. Alles ist gut. 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 Oh. Oh, geil. Anscheinend ist es. Peter? Was ist das denn für ein Feindwitz, von einem perversen Opa oder was, mit Chlorophorn dabei? Der Opa ist doch nicht pervert. Du hast ein Handy, oh. Kann man da rein? Komm, ich will in dich. Du hast der Opa gemacht, guck mal schnell. Wo denn, wo denn, wo ist er denn? Ach da? Wo ist dein Handy? Mach dich bereits im Stehspringen. Oh nein, wach auf! Der macht dich doch nur bereit zum Stehspringen. Nein! Oh, 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 oh. Hey, gimme das Geld, gimme das Geld. Alles, gimme, gimme, gimme. Ach, da bist du. Hast du vielleicht ein bisschen was? Oh, guck mal. 50 Euro. Ach du Scheiße. Hä? Oh, hallo. Hört mich hoch. Ach, los. Äh, nee, du kannst für den Internet downloaden. Ryo, mach mal deinen, mach mal deinen, äh, Random-Kanalaster. Weißt du, was MND-Models sind? So, bitte. Wer bin denn? Ah, die muss ich suchen. Er lebt! Hallo? Was stimmt mit deinem Auge nicht? Ja. Ich hab, das ist das Stress-Auge. Wo bist du, Manuel? Warte, ich massier dich. Ich massier dich. Oh, ja. Ja. Oh, danke schön. Typisch. Geil. Dann kratze ich dir noch den Kopf. Ach, da. Oh, du kleiner Frotz. Hui. Wir kommen mal höher. Wir fliegen. Ja. Hui. Alter. Also, warum siehst du genauso aus? Was soll das? Da, da hinten kriegst du den Avatar da. Ja, was soll das? Du hast mich nachgemacht. Scheiß Faker. Kann den jemand bannen? Scheiße. Oh, Alter. Es geht mit dir ab. Ich schieß alles. Was ist denn mit ihm los? Ich fängst doch mal nen Kuss. Ich fängst doch mal nen Kuss. Ich fängst doch mal nen Kuss. Ich fängst doch mal weg. Ich fängst doch mal weg. Ich fängst doch mal weg. Die Augen. Nee, nee, nee. Dann bekomm ich keinen Kuss. Okay, komm. Was machen sie da? Das war ein bisschen viel. Geil. Ich bin ja Schutzbeauftragter. Reingeguckt. Oh, oh. Der ist ja reingeguckt. Das stimmt. Ja genau, bauen wir einen bitte. Warte mal, du bist aber nicht in VR, ne? Kann das sein? Nein, leider nicht. Ah, ich erkenn das. Ich spür das. Wie kann man denn ohne VR hier rein? Ja, einfach rein. Mit Aus- und Pfaffens- und Pfaffens- oder Einfache- oder Einfache- oder- Ja, aber sie hat da grad ein Dance-Emoji gemacht. Achso. Daran erkennt man das. Alter, alter. Do you know the way. Ja, jetzt ist es Knuckles und eine Kanne, ey. Do you know the way? Das geht auch? Man kann so klein sein? Man kann noch kleiner sein. Man kann einfach nur einen Punkt sein. Oh, ist egal. Wo bin ich denn? Oh, da ist ein Error. Oh nein. Eins und ein. Marcel Davies? Hallo? Marcel Davies? Wie wäre das auch wahr, ey? Hallo? Hi. Kannst du hier mal hochheben? Hallo? Marcel Davies. Alter. Hier kommt noch. Hier kommt... Oh, da... Oh, ja. Na komm. Warte. Oh nein. Oh nein. Oh Gott! Wie? Gott, was bist du denn? So, warte mal. Jetzt geht ab. Wo ist dein anderer Arm? Was ist denn passiert? Ja, deswegen jetzt tausend Leute hier sind. Ich weiß nicht. Ich löse mich auf. Äh. Äh. Ach so, man kann sich da reinsetzen. Oh, das ist ja cool. Ich sehe mich selber reden. Was? Weil ich in der Wand drin bin, sehe ich mich selber da gebackt reden. 2 Bier bitte. 2 Bier bitte. 2 Bier bitte. Da kommt nichts raus. Das ist ja alle hier. Der nimmt mir das einfach ab. Du trinkst hier kein Alkohol! Warum nicht? Ich geh nicht mal kaputt. Ich bin schon die ganze Zeit am Trinken. Alkohol ist böse. Da ist doch nicht mal ein echtes Getränk. Das ist noch nicht scheiße. Aber guck mal raus. Voll geil! Boah, echt, ja? Boah, und der Mond vor allem. Alter. Ey, meine Toilette. Das ist meine Toilette. Du bist so schön. Hallo. Ey, was soll ich jetzt tun mit 5 Euro? Hallo. Hä? Du bist ein Foto. Ja? Nicht schlagen, bitte. Alter, guck dir das mal, Peter. Ja. Peter, rechts. Oh. Du bist so süß. Was guckst du dir denn da an? Gar nichts. Oh, oh. Ja, komm, her, komm. Pass auf, pass auf, du hast mein Arm. Hallo. Oh, oh, oh. Oh, nice, hey. Ich helf dir. Ich helf dir. Süß. Warte mal, meine Hand ist ab. Guck mal, wie meine Hände fliehen. Oh, Peter. Ja, das ist meine Freundin. Oh, geil. Oh, 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 shit. Halt sie fest. Sie wird fliehen. Greif sie. Wenn du drei Zentimeter größer bist, heißt das nicht, dass du dir alles tun kannst, was du willst. Ich halte ihren Hals. Ich halte ihren Hals. Oh, shit. Lol, was ist das denn? Wie hast du sie denn hergelockt? Setz dich doch mal kurz. Nimm Platz. Nein, oh, ich gar nicht. Nein. Peter, jetzt halt sie fest. Los geht's. Los geht's. Nein, 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 nein. Los, los, spuck Feuer, los. Ja, Glurak. Los. Glurak, los. Glurak, los. Glurak, los nicht mehr rein. Feuer, Sturm. Alter Boah, ist das ekelhaft Macht's gut, tschüss Bis bald Ich löse mich auf Ich löse mich auf Fühlt ihr mich überhaupt noch? Fühlst du dich nicht so gut, Manu? Nee Ich spüre es Okay, ich bin raus Okay Dann bewertet den Part, schaut beim Peter vorbei Wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder Bis dann, bleibt dran